Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Heiko, zwei, drei Positionen nach vorne. Die größten Rastkanteil ist hier kein Brauch. Da sind die 90 Fahrer von Führung geblieben. Diese Leute sind in der Brauch. Die Brauch ist in der Brauch. Mann, Mann, Mann. Ein Brauch. Die Brauch ist in der 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 Brauch. Wir hatten also noch mal Luft. Ein Runde für die Jungs. Ein Runde für die Jungs. Die letzte Runde für die Jungs. Die letzte Runde für die Jungs. Das war ein tolles Rennfeld. Er muss auch mal einen tollen Applaus regnen, liebe Zuschauer. Die fahren hier sensationell. Ein super Schülerrennen hier mit Timo Göcke an der Spitze. Und das Feld der Schülerfahrer ist geschlagen. Ich glaube, das Feld. Der Rest der großen Spitzengruppe, die liegen auf Platz 8. 2 Runden für euch. Der liegt auf der 8. Position. 2 Runden noch zu fahren. Und die 2 und 5 für euch. Der liegt auf der 8. Position. Letzte Runde um Dorian Löbers gegen Lokalmaradoren. Einmal Schwerte. Zweimal Schwerte. Zweimal Bücke. Die Trikots, die sehen sich so ähnlich. Schaut nicht um. Und es wird der zweite Platz für Felix Richter. Jonas Buckel 1. Felix Richter auf 2. Dann ist es der André Petrosti. Dann Timo Göcke. Und auf der 5. Position der Jüngste. Oder bei den Jüngsten. Hier geht es um Platz 8. Hier geht es um die 8. Position. HFC Hannover. Müsste das sein. Platz 8. Nicht Hannover. Die 46. Das ist nicht Hannover. Das ist der Jonas Koschnik. Das ist das Branche. Auch da gab es eine Modifizierung. Die Versorgung. Lachen. 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 Um. Lachen.